herzlich willkommen zurück zu let's play Pokemon lol zu let's play Pokemon lol nein zu let's play Pokemon X Adventure ich fand gerade ein xp share ich meine es hat sich wenigstens einmal gelohnt ich hoffe mal dass die Route nicht gleich zu Ende ist aber bestimmt schon das Fenster klicken also ein trainer das ist mindestens noch eine Höhle ernsthaft ich wusste es wir müssen direkt auf den gehen komm schon komm schon bitte bitte Raichu bitte yes komm schon einer von euch bitte yes geht doch besteht wieder mal nix ich hab doch ein Full Heal aber ist ob es denn eine Höhle ist da ist das Spiel dran schulden nicht ich jetzt schon mal nicht lange ich geh einfach rein cave of no return klingt jetzt nicht gerade dann fahren bis 36 das ist doch schön steaks so da geht es direkt weiter schutz natürlich wieder aktivieren noch ein Pokéball zink man findet die ziemlich viel gut also diese Statsverbesserungs Dinger keine Ahnung wie man die nennt werde ich mir aber für den Schluss aufheben ist ja sinnlos wenn man das an irgendwelche Pokémon verschwendet die man Ende nicht mal benutzt oder so das war richtig dumm das war richtig dumm was kommt jetzt die glätt man kann stund bleiben san dama glaube ich ja auch wenn es jetzt nicht wirklich was geändert hat aber bitte 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 ist das eigentlich der ernst des spiels was ist denn los man es hat einfach nicht einmal getroffen und es geht weiter währenddessen sich das das ist halt die ganze zeit auflebt man hört bestimmt die ganze zeit dieses klicken ich kann es ja extra provokant machen komm bitte 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 danke ich glaube ich gucke mich jetzt noch schnell hier um ob ich was übersehen habe ich glaube ich gucke mich jetzt noch schnell hier um ob ich was übersehen habe und ob aber immer besser ich habe was überhumox eins warum genau genau jemand letztes !! Eigentlich geliebt, nice. Hätte ich eigentlich mitrechnen können. Fetty Cake, nice. Das ist ein Name. Bevor hier noch irgendwas inerwartetes passiert. Ich will mich jetzt hier nur noch schnell umgucken. Das war's anscheinend. Da war's schon. Jetzt geht's hier lang. Hier geht's wahrscheinlich lang. Nose-Pass. Mir fällt auf, dass ich fast keine AP mehr hab. Steakse, okay. Alles war's jetzt mit Surfer. Mal schauen, ob ich da irgendwas hab. Ähm. Nächst hier, genau. Sechs Stück. Ach ne, ein Stück. Ach so, das zieht für alle Attacke. Oh man, ich hab's auf, ich hab's auf, ich hab's auf, ich hab's auf. Innen. Oh man, ich hab's ja mehr machen. Oh man, das ist alles gleich, nicht mehr machst du. Okay. Ich hab's ja noch mal eigentlichen machen. Ich hab's ja noch mal einfach ab. Ich hab's schon da mit dem, der ja. Ich hab's ja noch mal alles zu machen. also die route zu übertrieben zu übertrieben ja komm komm jetzt nicht mit so einer scheiße ich wusste dass hier falsch ist achso hier hinten geht es noch weiter und das war schon mit dem darf es sagen ich bin es wirklich darauf eingefallen das ist sehr wichtig wusste ich nicht muss ich nicht ähm pokéball max portion doppelkampf mal was soll die scheiße anurid das ist so unnötig wie gesagt es ist der falsche weg mir fällt auf dass ich recht wenig sage ist jetzt auch die letzte aufnahme für heute es wird dann auch in der zeit etwas zu viel weg ich würde aber eigentlich die höhle noch schaffen wollen ich hoffe einfach mal dass sie nicht mehr so lange ist komm bitte reich yes da muss ich noch kurz was gucken das ist jetzt nicht ernst oder dann ist es ja einfach so und irgendwas zu bekommen die tun so als ich nicht gerade die schwierigste höhle bezogen als einfach nichts passiert das ist echt unverschämt naja kann man nichts machen die nicht alles Ja, zum Glück habe ich nicht. Was mache ich? Nee. Oh, Paralyse ist natürlich nicht so schön, falls die Paralyse zuschlägt, aber sie tut es nicht. Aktivität dazu behalten, no und yes. Ja, das war es jetzt wirklich mit der Folge und dann tschüss, bis zum nächsten Mal, also bis morgen.